Es gibt eine Ecke, eine gute Gelegenheit. Und die Chance. Ich hatte es wie bitter. Der Ball geht ins eigene Tor. Gut gespielt. Ist das die Chance. Und er schießt. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Tolle Aktion. Da zieht er ab. Gute Ballrate. Und Heckschuss. Klasse Pass. Guter Pass. Jetzt vielleicht. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Auf außen ist jetzt Platz. Und jetzt die Chance. Der Ball ist drin. Wirklich ein tolles Tor. Den Ball wollte er genau dorthin haben. Das hat er klasse gemacht. Sehr präziser Abschluss. Gute Idee. Versuch den Doppelpass. Jetzt vielleicht. Tolle Aktion vom Tor. Jetzt gibt es gleich die Ecke. Jetzt gibt es gleich die Ecke. Die Ecke. Die Ecke. Die Ecke. Die Ecke.